So meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns angucken, was man eigentlich von der Sample Rate und Bit Rate bei Bildern versteht. Und dazu habe ich euch mal hier ein Bild aufgemacht. Und ja, was könnte denn nun hier die Sample Rate sein? Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, in Realität, ja, ihr guckt jetzt mal bitte nicht auf den Bildschirm, sondern mal links von euch. Hoffentlich steht da kein weiterer Bildschirm. Aber dort guckt ihr einfach mal hin. Und jetzt überlegt ihr euch, okay, jetzt will ich eine Stichprobe von meinem Bildausschnitt machen. Was genau ist dann die Maßeinheit? Wie viele Stichproben ihr auf dem PC dann habt? Naja, die meisten werden es höchstwahrscheinlich kennen. Das sind die Pixel, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu, ja, Signalverarbeitung. Pixel sind die Sample Rate von Bildern. Das heißt, wenn ich jetzt hier extrem viel reinzoome, so wie ich das beim Audio gemacht habe, dann sehen wir irgendwann Pixel. Und diese Pixel können natürlich nicht genauer aufgelöst werden, weil das ist natürlich einfach die Beschränkung von meinem Bild. Und genau so ist eigentlich die Sample Rate immer. Es ist quasi die Maßeinheit, wie genau oder wie detailgetreu das Bild die Realität abbildet, sozusagen. Und ja, natürlich, bei Bildern kann man noch sehr, sehr viel mehr machen. Aber in dem Fall haben wir hier eine Pixel-Limitierung. Das heißt, wir können deutliche Unterschiede sehen zwischen zum Beispiel einer Auflösung von Full HD bis zu 4K. Weil 4K von mir aus halt einfach viermal so viele Pixel hat. Aber was wir nicht so gut sehen können, ist eben zum Beispiel von 4K auf 8K. Weil das ist dann im Endeffekt der Sprung von zum Beispiel 44.000 Hertz auf 380.000 Hertz. Das heißt, das menschliche Auge ist gar nicht mehr in der Lage, wirklich alles an diesen Informationen zu verarbeiten. Denn unsere Augen sind auch limitierend. Allerdings natürlich nicht so stark, wie momentan noch die Rechenkapazität limitierend ist. So, jetzt haben wir aber auch noch gelernt, es gibt nicht nur die Pixel Rate oder die Sample Rate, beziehungsweise Pixel beim Bild, sondern es gibt noch ein bisschen mehr. Ja, und beim Bild sehen wir das folgendermaßen. Ich mache jetzt hier mal ein neues Bild. Und jetzt male ich da einfach mal ein bisschen drauf rum, okay? Das heißt, wir nehmen hier mal den Pinsel und dann schauen wir uns an, was die Bitrate eigentlich ist, okay? Dann machen wir hier noch ein paar Farben dazwischen und da noch eine Farbe, so, und dann noch ein bisschen hier ins Grüne rein. Ich werde ein richtiger Picasso heute, das ist abartig. Und ja, dann machen wir hier noch ein bisschen weiß. Und jetzt gehen wir hier mal ran. Klar, natürlich, wir sehen wieder die Pixel. Das ist ganz logisch, aber das meine ich nicht. Was ich allerdings meine ist, wenn ich jetzt dieses Bild hier limitiere, dass zum Beispiel die Farben plötzlich nicht mehr in 32 Bit ganz oder fließkomme, völlig egal, sondern nur noch in 8 Bit dargestellt werden, dann habe ich natürlich hier das Problem, ich kann nicht mehr so viele Farben darstellen. Und das habt ihr vielleicht schon häufiger mal gehört. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache, okay, man sieht nicht wirklich einen Unterschied, weil 8 Bit immer noch sehr, sehr viel ist. Ich kann leider nicht weniger machen, aber man unterscheidet hier bei den Farben ein wenig. Ihr habt es vielleicht auch schon mal bei Bildern gesehen. Die sind dann 8 Bit insgesamt und das war es dann auch schon. Das heißt, die können 2 hoch 8 Farben darstellen. Und das ist normalerweise dann nur sehr, sehr wenig. Also 256 Farben insgesamt ist leider sehr, sehr wenig. Allerdings ist das nicht unbedingt das, was es meint. Also wenn ich hier 8 Bit einstelle bei GIMP in der Genauigkeit, dann meint das für jeden einzelnen Farbraum, äh, nicht Farbraum, für jede einzelne Farbe habe ich 8 Bit zur Verfügung. Das heißt, im RGB Farbraum, also im, Achtung, Rot, Grün, Blau Farbraum habe ich insgesamt eben für jede dieser Farben 255 Möglichkeiten. Also ich kann eine Farbe einstellen zwischen 0 und 255. Und daher kommen auch übrigens die HTML-Notationen hier unten. F, F bedeutet so viel wie 16 hoch 2 plus 16, was 255 ist. Und das kann ich eben für jede Farbe machen. Vorne R, dann G, also Grün und dann Blau. RGB im Endeffekt. Das ist der Farbraum, in dem wir arbeiten. Und für jede dieser Farben habe ich 255 Werte zur Verfügung. Das heißt, ich kann insgesamt 255 verschiedene Rottöne haben. Ich kann insgesamt aber auch 255 verschiedene Grün- und Blautöne haben. und kann die je nach Belieben miteinander kombinieren. Und dadurch entstehen dann im Endeffekt nicht 8 Bit, sondern 3 mal 8 Bit Farbtiefe. Das heißt, ich habe eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine 24 Bit Farbtiefe hier als eigentliche, als eigentlichen Wert. Und, ähm, ja, weiß und schwarz, fragt ihr euch vielleicht noch, wie man das dann machen kann. Naja, wenn alles aus ist, dann haben wir schwarz. Also 0, 0, 0 ist schwarz. Und 100, 100, 100, beziehungsweise eigentlich mag ich es lieber, wenn es bis 255 geht. 255, 255, 255 ist weiß. Und, ähm, alle Werte dazwischen kann ich meine Grau-Werte abbilden. Also, ups, 100, hallo? Okay. Zum Beispiel 101, 101, 101 ist dann eben ein Grau-Wert. Das ist jetzt nicht irgendwie bunt oder sowas. Joa, und, ähm, damit kann ich dann sozusagen meine ganzen Farben darstellen. Das heißt, ich habe, ähm, 24, äh, 2 hoch 24 verschiedene Farben zur Auswahl. Wenn ich jetzt allerdings hergehe und hier drüben im Bild die Genauigkeit auf 32-Bit hochstelle, naja, dann habe ich mehr Auswahl. Dann kann ich tatsächlich mehr Farben darstellen. Und wenn ich mehr Farben darstellen kann, dann kann ich auch eigentlich wirklich mehr damit machen. Ich kann mehr darstellen von der realen Welt sozusagen, weil ich in der realen Welt bin ich ja nicht beschränkt auf ein paar wenige Farben. Sondern ich bin hier tatsächlich unbeschränkt. Und, ja, mit 24-Bit habe ich halt für jede Farbe 24-Bit zur Verfügung. Das Problem ist, dass wir hier nicht wirklich diese 24-Bit merken, weil ich natürlich über meinen Bildschirm begrenzt bin. Das heißt, ich kann hier zwar eigentlich mehr machen, aber im Endeffekt halt doch nicht, weil mein Bildschirm eben nur 8-Bit hat. Joa, ähm, ist ein bisschen sad in dem Fall jetzt. Ich weiß nicht, ob euer Bildschirm vielleicht mehr kann, aber meiner kann es nicht. Ähm, aber ja, das sind Bitrate und Sample Rate bei Bildern. Und ich meine, hier kann man schon recht gut sehen, dass die Sample Rate wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also gerade die Pixel. Ich meine, ob jetzt mein Bild irgendwie so eine Auflösung hat oder ob es so eine Auflösung hat, ist dann doch ziemlich relevant. Das ist der Unterschied zwischen Pixelbrei und wirklich einem hochauflösenden Bild. Joa, und das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.